Schwerpunkt Neukundengewinnung, Ausgabe 7. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kaltakquise per Telefon und Sprachnachrichten. Wer sich auf Kaltakquise am Telefon vorbereitet, der muss sich in diesen Tagen auf den Anrufbeantworter einstellen. Immer mehr Führungskräfte sind nur noch per Smartphone erreichbar. Und selten erreichen wir sie zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt. Anrufbeantworter und Sprachbox stören. Wenn wir auch Situationen treffen, die ungünstig sind, aber durchaus an der Tagesordnung, dann haben wir dafür ein Konzept. Wir wissen, wie wir auf alltägliche Blockaden reagieren. Beispielsweise ist es ganz normal, dass wir, auch wenn wir in Eile sind, anhalten, wenn die Ampel von grün auf gelb und schließlich rot umschaltet. Wir erkennen das Signal, wissen, was es bedeutet und haben eine Reaktion parat. Nämlich anhalten. Kaum jemand käme auf die Idee, zu jammern und zu rufen, oh je, jetzt ist es wieder gelb und dann rot geworden, was soll ich nur tun? Das wäre albern. Und dennoch höre ich in meinen Seminaren und Workshops die Teilnehmer klagen. Was mache ich nur, wenn ich meinen Ansprechpartner nicht erreiche und nur noch Anrufbeantworter? Den kann ich ja nicht verkaufen. Und wenn ich dann frage, wie oft das passiert, dann höre ich, dass es durchaus an der Tagesordnung ist. Manchmal ist das Offensichtliche schwierig zu sehen. Wenn eine bestimmte Aktion ungünstig, aber erwartet ist, dann haben wir im normalen Leben eine Antwort parat. Warum nicht auch im Geschäftsleben? Kalter Quise am Telefon mit der Mailbox. Egal, wie häufig Sie statt einem menschlichen Gesprächspartner eine Mailbox, Sprachbox oder einen Anrufbeantworter antreffen. Es wird passieren. Und Sie sollten vorbereitet sein. Wie kann man mit einer Sprachnachricht Aufmerksamkeit erzeugen? Wie kann man eine aufgezeichnete Nachricht spannend gestalten? Wie immer ist es sehr hilfreich, wenn wir uns in die Situation des Empfängers hineinversetzen. Was denkt er oder sie vermutlich, wenn die Sprachnachricht abgehört wird? Vor allem dann, wenn der Empfänger uns und die angezeigte Nummer zu der Nachricht nicht kennt, sollten wir seine aktuellen Bedürfnisse mit der Nachricht erfüllen. Wenn Sie sich selbst fragen, was Sie sich fragen, wenn Sie eine Sprachnachricht abhören, dann kommen Sie vermutlich auch zu diesen Fragen. Wer ist der Absender? Ist es dringend? Betrifft es mich? Was soll ich tun? Was passiert, wenn ich es ignoriere? Weil wir uns die unbewussten Fragen unserer Gesprächspartner proaktiv beantworten wollen, dürfen wir uns eine Struktur der Sprachnachricht überlegen, die genau diese Bedürfnisse erfüllt. Unser Ziel ist es, dass der Adressat der Sprachnachricht in irgendeiner Weise reagiert und Kontakt zu uns aufnimmt. Das sollten wir ebenso einfach wie möglich machen. So könnte eine Sprachnachricht lauten, wenn wir statt der Zielperson nur einen Anrufbeantworter erreichen. Nämlich so. Das ist eine Nachricht für Vorname, Nachname von Stefan Heinrich. Schönen guten Tag. Wenn Sie die Nachricht noch am Datum bekommen, lohnt es sich, auf jeden Fall bis so und so viel Uhr zurückzurufen, damit Ihr Nutzenversprechen rechtzeitig möglich wird. Rufen Sie jetzt bitte diese Nummer an. 0199 123 456789 Ich wiederhole nochmal. 0199 123 456789 Bis gleich. Das war Stefan Heinrich. Wenn diese Struktur erst einmal seltsam klingt, wollen Sie sich vielleicht ein reales Beispiel anhören. So könnte beispielsweise meine Nachricht auf einem Anrufbeantworter klingen, wenn ich einen Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens anrufe und nur seine Sprachbox erreiche. Diese Nachricht ist für Dr. Obermüller und kommt von Stefan Heinrich. Schönen guten Tag. Wenn Sie diese Nachricht noch am 23. Oktober erreicht, können Sie auf jeden Fall bis 19 Uhr zurückrufen, damit Ihre Ausbeute an Neukunden auf der XY-Fachmesse noch in diesem Jahr verdoppelt werden kann. Ihr Anruf landet jetzt beim richtigen unter. 0199 123 456789 Ich wiederhole 0199 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Das war Stefan Heinrich und ich freue mich auf unser Gespräch. Bis gleich. Funktioniert Akquise per Sprachnachricht? Ja, vielleicht sind Sie jetzt skeptisch. Und Sie fragen sich, ob diese seltsame Methode erfolgreich sein kann. Und Ihre Skepsis ist berechtigt. Hier die Gründe, warum Sie skeptisch sind. 1. Sie haben so eine Nachricht vermutlich noch nie selbst bekommen. 2. Sie haben es vermutlich noch nie selbst ausprobiert. 3. Die Nachricht klingt für Sie vermutlich forsch oder gar frech. Und das sind gleichzeitig die Gründe, warum die Struktur und der Inhalt der Nachricht wirksam sind. 3. Bei der Akquise haben wir ohnehin ein Dilemma. Es funktioniert meistens nicht. Wir können jedoch Methoden verwenden, die unseren Erfolg wahrscheinlicher machen. Denn die meisten Versuche bei der Kalterquise, naja, die werden nicht zum Erfolg führen. Und dennoch sollten wir Methoden nutzen, bei denen der Erfolg wahrscheinlicher wird. Und genau das leistet die Sprachnachricht. Sie erhöht die Chance auf Erfolg. Gehen wir noch einmal auf die Ausgangssituation zurück. Sie wollen einen Gesprächspartner am Telefon erreichen und es misslingt. Kein Erfolg. Jetzt können Sie die Chancen auf einen erfolgreichen Ausgang des Anrufsversuchs deutlich steigern, wenn Sie den Angerufenen dazu bringen, Sie zurückzurufen. Dazu müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden, die Sie selbst nur zum Teil beeinflussen können. 1. Er muss die Nachricht abhören. 2. Er muss die Nachricht verstehen. 3. Er muss eine Aktion ausführen. Auf den ersten Punkt haben wir keinen Einfluss. Auf die anderen beiden Punkte können wir stark einwirken. Wenn die Nachricht verständlich ist und Lust auf eine Aktion bzw. Reaktion macht, dann haben wir alles erreicht, was man mit einer Sprachnachricht bewirken will. Und wenn die Zielperson vielleicht sogar noch schmunzelt oder die Nachricht in Erinnerung behält, kann uns das weitere Vorteile bringen. Wenn wir in Erinnerung bleiben wollen, dann muss es haften bleiben. Die Brüder Dan und Chip Heath haben mit ihrem Bestseller Made to Stick eine Formel für Auffälligkeit in Verbindung mit Dauerhaftigkeit geschaffen. Hinter dem Akronym SUCCESS mit nur einem S verbergen sich diese Begriffe simple, unexpected, concrete, credible, emotional und story. Merkwürdig drückt es auch im Deutschen ganz gut aus. Wir dürfen in Erinnerung bleiben, wenn es sich lohnt, an uns zu denken. Und genau das wollen wir mit dieser ungewöhnlichen Struktur der Nachricht erreichen. Simple bedeutet einfach und es sollte einfach sein zu antworten. Beispielsweise, indem Sie die Nummer zweimal in unterschiedlicher Geschwindigkeit sprechen, sodass es einfach ist, sich die Nummer zu notieren. Oder, wenn Sie auf dem Smartphone anrufen und Ihre Nummer vermutlich im Display angezeigt wird, einfach darauf hinweisen, dass der Rückruf nur einen Klick entfernt ist. Und das könnte sich so anhören. Diese Nachricht ist für Dr. Obermüller und kommt nicht nur von Herzen, sondern auch von Stefan Heinrich. Und jetzt kommt's. Wenn Sie diese Nachricht noch am 23. Oktober erreicht, können Sie auf jeden Fall bis zum Schlafengehen zurückrufen, damit Sie noch in diesem Jahr durchschnittlich 27.000 Euro zusätzlichen Deckungsbeitrag buchen werden. Ihr Anruf landet jetzt beim richtigen und ist mit nur einem Rückrufklick sofort möglich. Beste Grüße von Stefan Heinrich, der sich schon auf unser Gespräch freut. Bis gleich. Wenn Kalterquise am Telefon nicht auf Anhieb klappt, nehmen wir an, Sie haben alles richtig gemacht. Aber der Rückruf ist nicht erfolgt. Warum nicht? Naja, es kann viele Gründe geben. Der erste Grund ist, dass Ihr Wunschkunde ein Nichtkunde bleiben will. Vielleicht ist Ihr Angebot subjektiv unattraktiv. Er oder Sie kann es im Moment nicht gebrauchen. Oder es gibt bereits einen anderen Partner, der alle Anforderungen erfüllt. Auch das ist okay, weil Sie ja im Gegenzug auch nicht möchten, dass Ihre Kunden beim ersten Anlauf mit fliegenden Fahnen zum Wettbewerb rennen, oder? Aber ebenso kann es sein, dass gerade beim Abhören Ihrer Nachricht ein anderes Gespräch hereinkam, das so wichtig war, dass es angenommen wurde. Später geriet Ihre Nachricht in Vergessenheit. Oder es war gerade nichts zu schreiben zu Hand und er konnte sich die Nummer nicht merken. Wer weiß. Letztlich bleibt es Ihnen überlassen, welche Gedanken Sie sich im Falle des Misserfolgs machen. Allerdings ist es besser für Sie, wenn Sie nicht sofort davon ausgehen, dass Ihr Angebot unpassend war. Schließlich gibt es, auch in Deutschland, nachweislich kein Gesetz, das uns vorschreibt, die maximal negative Annahme machen zu müssen. Optimismus ist erlaubt. Wir dürfen in Unwissenheit auch vom besten Fall ausgehen. Wenn wir also davon ausgehen, dass es einen positiven und verständlichen Grund gab, dass unsere erste Nachricht nicht zum Rückruf führte, dann können wir leichten Herzens eine weitere Nachricht absetzen. Zum Beispiel, Dr. Obermüller bekommt diese beiden Nachrichten von Stefan Heinrich. Die gute Nachricht? Die Leitung ist noch offen und Sie können jetzt auf jeden Fall zurückrufen, damit unnötige Preisnachlässe, die durch clevere Einkäufer erschlichen wurden, noch in diesem Quartal als Zusatzertrag auf Ihrem Konto landen. Ihr Anruf landet jetzt beim richtigen und ist mit nur einem Rückrufklick sofort möglich. Beste Grüße von Stefan Heinrich, der sich schon auf unser Gespräch freut. Bis gleich. Ach ja, die schlechte Nachricht. Die behalte ich vorerst für mich. Ja, das ist noch eine Spur frecher. Und das ist gut so, denn wir wollen eine Reaktion provozieren. Schließlich ist eines klar. Weitaus schlimmer als eine harsche Reaktion des Kunden wäre keine Reaktion des Kunden. Und wie wäre es mit dieser Variante für eine dritte Nachricht? Dr. Obermüller, das ist eine Nachricht von... Ach, was sage ich? Sie können mich bestimmt längst an der Stimme erkennen. Eine letzte Frage. Legen Sie es darauf an, dass ich Sie nie wieder anrufe? Das haben Sie nämlich fast geschafft. Aber Sie können jetzt zurückrufen, damit Sie erfahren, wie Sie mit Ihrer bestehenden Vertriebsmannschaft mindestens 25% mehr Aufträge erwirtschaften. Und das bei besserer Marge. Mit nur einem Rückrufklick sind Sie dabei. Beste Grüße von Stefan Heinrich. Ah, jetzt habe ich den Namen doch verraten. Also bis bald, Herr Dr. Obermüller. Eskalation bei der Kalterquise am Telefon. Wie immer bei der Akquise ist es sinnvoll, sich vorher eine sinnvolle Eskalationsstrategie festzulegen. Und dabei ist es besonders sinnvoll, dass Sie von Mal zu Mal die Intensität erhöhen. Schließlich wäre es sinnlos, ein besseres Ergebnis zu erwarten, wenn man die Aktion an sich nicht verändert. Also weich und leise starten und dann Schritt für Schritt an Intensität zulegen und immer deutlicher werden. Ob Sie zwei, drei oder fünf Versuche machen, bevor Sie einen potenziellen Kunden vorerst aussortieren, das bleibt Ihnen überlassen. Achten Sie darauf, dass Sie bei aller Ungewöhnlichkeit und Forschung auftreten, dennoch freundlich und mit einem Lächeln im Knopfloch agieren. Wenn Sie die Struktur und einige Beispiele für solche Sprachnachrichten noch einmal kompakt und auf einen Blick zusammengestellt haben möchten, dann schauen Sie doch bitte auf stefanheinrich.com slash Neukundengewinnung. stefanheinrich mit ph und zusammengeschrieben .com slash Neukundengewinnung. Dort können Sie sich eintragen für 13 clevere Tipps rund um die Neukundengewinnung und auch für die Kiterquise am Telefon per Sprachnachricht. Sie bekommen dann auf einem Blatt zusammengefasst nochmal die Struktur und einige Beispiele. Und wenn Sie wollen, auch dazu noch ein Soundfile, das die interessantesten Ideen zur Sprachnachricht zusammenfasst. Und dass Sie sich vielleicht auf Ihr Smartphone runterladen wollen und öfter mal anhören, damit es bei Ihnen in die Alltagsgedanken mit eindringt. Und nächste Woche feiern wir ein Jubiläum. Es wird die 200. Ausgabe dieses Podcasts sein. Mal sehen, was uns da einfällt. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an unter der deutschen Nummer 0651-360-89101. Ich wiederhole das. 0651-360-89101. Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch Themenwünsche zum Podcast. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bei iTunes.